Die neue Woche hat begonnen, aber die Frage ist, ist es ein guter Wochenstart oder ist er das eher nicht? Na gut, wenn wir mal drauf schauen, ein relativ nichtssagender Wochenstart, zumindest mal beim DAX. Wir sehen das hier oben beim Future jetzt in dem Fall. Das ist allerdings kein Riesendrama-Unterschied. Wir sehen vor dem Wochenende, nach dem Wochenende. Bisher teilen wir uns die gleiche Preisspanne. Es ist also eigentlich mehr oder weniger nichts passiert, außer dass wir noch vor uns hineiern. Ich habe hier nochmal eine Kiste hier eingezeichnet, unten rechts. Nein, unten links seht ihr sie hier im Stundenschart. Ich mache das Bild nochmal größer. Eigentlich so ein Rücksetzer in diese Zone. Wäre ja noch alles völlig in Ordnung. Also mal noch einmal runtergehen. Ich fände es eigentlich sogar fast schicker, weil dann hätten wir unser klassisches Korrektivmuster. Ja, und das sieht ja so korrektiv aus, dass es anschließend nach oben gehen kann, ohne Probleme, so ähnlich wie wir das hier haben. Starke Bewegung, das Korrektivmuster und anschließend nach oben. Dabei wären wir hier einen Wellengrad kleiner. Also nicht ganz schlimm, wenn wir diese Marke nochmal durchstoßen. Die liegt bei 13.000. Ziemlich exakt ist das Zwischenhoch, was wir hier hatten. Wohlgemerkt beim Future-Kontrakt 8. Juli in etwa nachmittags. Also selbst wenn wir da drunter gingen, wäre es noch nicht ganz so dramamäßig. Aber wenn wir drüber wären, wäre es auch noch in Ordnung. Ja, warum denn nicht sofort hoch? Klar, es kann natürlich sofort hochgehen. Aber das würde mich zum Beispiel nicht so sehr triggern auf der Kaufseite, weil diese Bewegung, die wir bis hier haben, noch nicht so schön aussieht, als dass ich da sage, das gefällt mir. Ihr seht, ich bin da pampermuselig. Ich will eine starke Bewegungsrichtung sehen. Und das hier, was ich seitdem Tief sehe, ist da noch ein bisschen durchwachsen mit den deutlichen Rücksetzern und den vielen Überschneidungen, die wir da wieder haben. Deshalb, wenn ich ehrlich bin, einmal noch tiefer, ein neues Tief ausbauen. Nochmal einmal hier unter die 13.085 zu fallen, das Tief hier vom 21. Juli. Das würde uns einen guten Neustart dann ermöglichen. Und der hat dann auch Chancen, deutlich höher zu gehen. Also warum dann nicht in Richtung 13.500? Aber bevor er jetzt vor lauter, oh, das sieht so ganz gut aus, ich gehe jetzt schon mal Short. Im Moment Short zu gehen, ist vielleicht auch nicht so richtig das Tolle. Denn, ich mache mal das alte Gekritzel hier weg, die jüngste Bewegung, man sieht das hier, ne, hier sieht man das im Stundenschart nochmal. Die jüngste Bewegung ist ja relativ stark nach oben. Da gehe ich ungern Short. Das heißt, Short ist jetzt aktuell nichts, was ich aktiv machen würde. Oder vielleicht noch, wenn der Markt jetzt vielleicht im Laufe des Nachmittags irgendwie sowas macht, wackelig hoch. Klar, dann gehe ich natürlich sehr gerne auch nochmal zwischendurch ein Short. Also dieses Short ist eher so ein bisschen ein Abwarten, um dann günstiger und vor allen Dingen bestätigter dann nochmal reinzugehen. Und schickerweise vielleicht sogar auf niedrigeren Niveaus. Wer jetzt total Sorge hat, dass er den Anstieg verpasst und am Ende kommt er nicht runter, denn versprechen kann man das nicht. Es wäre nur schöner, es wäre typischer und würde sicherlich viele charttechnisch orientierte dann eher zu käufen, dann auch animieren. Aber, solange der Markt stark hoch geht und vielleicht im Laufe des Nachmittags irgendwie wackelig runterkommt, so andeutungsweise hier, könnt ihr diese Zwischenhochs, also immer die letzten, das ist das letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen beispielsweise. Und wenn es halt doch nur dreiwellig ist, dann könnt ihr halt dieses Zwischenniveau hier, das weiß ich ja noch nicht, ob es dreiwellig wird oder nicht, aber auch hier gilt, letzte Tief, vorletzte Tief. Das sind so typische Trigger, um zu sagen, komm, ich versuche das jetzt hier einfach mal reinzugehen. Immer noch mit dem Hintergedanken, Vorsicht, das ist nicht unrealistisch, dass wir da nochmal so ein bisschen reingehen. Ich würde also fast eher sagen, die Box muss gar nicht so groß sein. Vielleicht wird sie eher so klein sein, so um den Dreh, 13.080 bis 13.000, so in etwa. Das fände ich eigentlich das Schönste, dann wären wir möglichst überlappungsfrei unterwegs in den größeren Bildern. Hier hätten wir zwar eine kurze Überschneidung, aber ich glaube, keiner würde sagen, nö, nö, diese hier und diese Korrektur, das ist eh fast das Gleiche. Die ist ja viel größer, viel ausgedehnter, viel weitreichender. Und deshalb, wenn die Großen und die Kleinen überschneiden, ist das nicht so das Problem. Nur ähnlich Große finde ich immer schön, wenn die möglichst wenig Überlappung oder gar keine haben, denn das zeigt, dass die Marktteilnehmer wirklich willig und auch in der Lage sind, den Markt hier in eine Richtung zu pushen. Jetzt gucken wir mal nach Amerika, wie es da aussieht. Da ist es zumindest im hinteren Bereich hier im 5-Minuten-Chart ähnlich. Und ihr erahnt schon, wenn ich sowas sehe, bin ich natürlich bullisch eingestellt. Wenn ich sowas sehe, dann sehe ich die Chance, dass das nur eine Korrektur wird mit Trigger hier auf diesen Hochmarken. Ich mache es mal größer. Das ist jetzt hier eine sehr kleine Bestätigung nur. Das ist bei 32.050 in etwa hier das Nachmittagszwischen hoch, was wir jetzt heute hatten. Vielleicht geht er ja noch mal einmal tiefer. Ich muss sagen, das fände ich fast besser. Denn ihr wisst ja, eine ordentliche Korrektur, die geht statistisch gesehen in diesen Bereich des Anstiegs dann, wo haben wir es, hier irgendwie rein normalerweise. Also merkt ihr so ganz grob mal diese Größenordnung. Allerdings, da wir hier ja schon eine Weile laufen, also im Sinne von erster Welle, hier wahrscheinlich dann die zweite Welle schon hatten. Vielleicht hier sogar intern. Erste, zweite, dritte, vierte. Gehe ich gar nicht davon aus, dass wir diesen Bereich zwingend noch mal spielen müssen, sondern dass der Kurs eigentlich eher noch mal nach oben geht. Also ich bin eher auf der bullischen Seite, wenn ich mir den 5-Minuten-Chart angucke. Egal, ob das jetzt noch mal einmal tiefer geht oder ob er schon direkt hoch geht. Eigentlich bin ich auf der bullischen Seite, aber ihr seht, so dieser starke Anstieg, der wäre mit diesen 5 Wellen, die wir hier nach oben haben, erstmal wieder in der Pause. Und eigentlich müssten wir dann sowas hier wieder erstmal bekommen, so ähnlich groß wie das, was wir hier vorne haben. Also insofern, so diesen letzten Arm nehme ich immer ungern mit. Ich versuche immer gerne so zur dritten Welle reinzukommen, denn die hat meistens viel Potenzial noch. Vielleicht sogar noch eine fünfte hinterher. Also wenn ihr sagt, Mensch, der Kurs kam von unten, ihr habt eine erste abwärts, dann habt ihr so eine drei Welle hoch, dann ist das, was hier kommt, die dritte und die geht gerne gleiche Länge wie diese erste oder eben auch länger. Das weiß man im Zweifelsfall nicht, aber länger stört mich nicht, aber mindestens bis dahin ist es ja auch schon okay. Das ist der Grund, warum ich mit der nicht so zufrieden bin, weil bitte geht hier nicht davon aus, dass das automatisch hier nochmal kommt. Und das ist eher die fünfte Welle und die fünften orientieren sich längenmäßig ganz gerne wieder an der ersten. Also ihr seht, Aufwärtspotenzial ja, und im Kleinen auf jeden Fall auch handelbar, wenn es diese Zwischenkorrekturen nach oben triggert. Aber eigentlich, wer das größere Bild eher will, auf die nächste etwas größere Korrektur warten, um dann immer erst einzusteigen. Also da würde ich sagen, ist man besser bedient und wie kann man eine größere Korrektur feststellen? Naja, nehmt mal an, der Markt macht wirklich jetzt sowas, so eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Welle. Dann messt ihr von hier nach da Fibonacci, dann kriegt ihr hier wieder rote Linien. Das sind natürlich dann andere als die, die wir hier haben. Komm, machen wir es mal einmal exemplarisch. Also das Hoch müssen wir jetzt mal annehmen, das ist jetzt wirklich nur reingeraten, das weiß ich ja nicht, wo das liegt. Aber wenn es dann da oben irgendwo liegt, dann wäre die Korrekturzone hier, sprich, wenn der Kurs dann hier quasi das fortgesetzt hat und dann da nochmal runterkommt, dann hätten auch die Übergeordneten wieder eine ordentliche Korrektur und eine ganz gute Erwartungshaltung, dass der Kurs nach oben geht. Ihr seht, meine Argumentation ist weitestgehend vorläufig erstmal nach oben. Nichtsdestotrotz auf Tagesebene, denkt doch mal bitte dran, dass wir unsere Zielbox erreicht haben. Im kleineren Bild scheinen alle Argumente noch für die Aufwärtsseite zu sprechen. Solange es wackelig runtergeht, so wie hier dreiwellig runtergeht oder wie hier auch eher korrektiv mit Kursüberschneidung runtergeht oder wie ich es hier angedeutet habe, solange das der Fall ist, alles safe. Nur falls der Markt, vielleicht im Laufe des Nachmittags oder heute Abend oder von mir aus auch erst morgen, aber sobald der Kurs doch eher mit sowas anfängt und dann aber auf der anderen Seite wackelig nach oben, dann denkt immer dran, wir sind mehr oder weniger in dieser Zielzone. Das war so um die 32.000 in etwa. Das konnten 300, 500 oder vielleicht auch nur 100 Punkte sein. Im Moment sind wir ein bisschen tiefer wieder. Aber wir sind da in dieser Zielzone, ich habe es häufig erklärt jetzt, ich will es euch nicht nochmal langweilen damit, aber wir sind da, wo jetzt entschieden wird, ob es bullisch weitergeht oder nicht. Im Kleinen würde ich sagen, vorsichtshalber, ist die bullische Seite noch die bessere, solange nicht dieses, was ich jetzt hier blau gezeichnet habe. Und das sieht man ja hier im Moment nicht. Also im Moment bin ich eher verortet auf der bullischen Seite. Aber bevor ihr jetzt sagt, ah, bullische Seite, also gehe ich einfach long, immer triggern lassen. Also nicht einfach reingehen, sondern er muss die Zwischenhochs reißen. Oder notfalls auch diese Marke. Ja, klar, wenn er fällt, dann geht man ja nicht long, sondern immer erst, wenn er in der Gegenbewegung. Ich weiß, viele sagen, aber dann bin ich nicht mehr am tiefsten Punkt. Ne, ist auch okay, aus meiner Sicht zumindest mal. Ich muss nicht als erst, ich hatte neulich jetzt mehrmals das Bild gebracht, stellt euch vor, in der Oper und ihr wisst nicht genau das Stück, ihr kennt es nicht. Ja, oder und dann ist da, wollt ihr da als erstes klatschen? Auf den Verdacht, dass keiner mitmacht? Unangenehm. An der Börse ist es ziemlich ähnlich. Wenn ihr jetzt hier sagt, kaufen, ich bin total überzeugt, kaufen und keiner macht mit, der Kurs geht so, ist das unangenehm. Wartet, bis der erste Applaus sich etabliert hat und dann seht ihr, ah, das scheint Common Sense zu sein, alle scheinen das so okay zu finden, dann mache ich natürlich auch mit und zwar mit voller Leidenschaft. So, und so ist es an der Börse genauso. Lasst die anderen zeigen, ja, wir machen es jetzt und dann sagt ihr, ja, mache ich mit, also bitte lasst euch da nicht einlullen. So, jetzt S&P muss ich nicht groß eingehen, das ist genauso mit der Box und auch hier das Verhalten ist genauso. Ihr seht, dass es hier die Abwärtsseite korrektiv ist. Ich glaube, das wisst ihr inzwischen auch mit den Gegenbewegungen. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Wenn einer stark überzeugt ist von irgendwas, dann braucht er nicht sowas, sondern wir brauchen dann eine starke Bewegung, theoretisch so wie hier. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Beispiel. Hier seht ihr, aber da hast du doch die starke Abwärtsseite, aber ist ja nicht nach unten weitergelaufen. Richtig, er hat ja auch nicht gewackelt und vor allen Dingen auch nichts getriggert. Das ist ganz wichtig. Gewackelt hat er vielleicht, dass man so, das war doch eine A, B, C, E, aber nicht getriggert. Viele verzichten auf den Trigger und sagen, ah, den brauche ich nicht, ich gehe schon mal rein. Ja, eben nicht. Also, müsst ihr natürlich selber wissen, aber ich finde es durchaus sinnvoll, dann zu sagen, nee, ich lasse mir das erst nochmal bestätigen. So, die Box haben wir hier auch erreicht und jetzt gehen wir auf den Nasdaq, denn der ist am kritischsten, was das angeht, denn der ist schon ganz schön in der Box drin. Wenn er diese jetzt nach oben verlässt, also wenn er neue hoch ausbauen würde, neue hochs, also ungefähr die 12.700, der Future ist das, der auf den Nasdaq 100, falls ihr das nicht kennt, wenn der Kurs über die 12.700 geht, dann muss ich sagen, ja, okay, ist abwärts vorläufig, wird immer weniger realistisch. In kleinen Zwischeneinheiten vielleicht schon, aber dann wird dieses Bild nicht mehr so wahrscheinlich. Also, sprich, wenn er hier jetzt nach oben diese Box noch ein gutes Stück verlässt, dann wird dieses Bild immer weniger realistisch. Selbst wenn er also dann nochmal runterkommt, würde ich nicht zwangsweise davon ausgehen, dass das folgt, sondern eher, dass es nachher nach oben geht. Klar, die meisten sagen, ja, wenn es nach oben geht, geht es nicht runter, das ist klar, aber irgendwann wird es nach unten gehen, aber je höher dieser Punkt dann liegt, desto weniger wahrscheinlich ist, dass diese Abwärtsbewegung dann weiterläuft, sondern es ist dann eher wahrscheinlich, dass die Bewegung sich nach oben weiter fortsetzt. Also, das so als Hintergedanke. Bei einem Nasstag, muss ich sagen, gefällt mir das heute Nachmittag, guckt euch das mal an, starke abwärts, wackelig hoch, starke abwärts, wackelig hoch, nochmal eine starke abwärts. Das machen wir jetzt mal in groß. Das ist vorsichtig, ist auf Minutenbasis, aber ich will, dass ihr die Struktur dort einigermaßen seht. Ihr seht also auch auf Minute habt ihr starke Bewegung, wackelige Bewegung. Manchmal sieht man es deutlich, aber ich sage mal, man erkennt schon, das ist die starke, das ist die wackelig. Das ist also nichts, was nur auf Tagesebene geht. Ihr könnt auch auf der Minutenebene grob abschätzen, was die stärkere und was die schwächere Bewegung ist und wisst, dass ihr euch eher, wenn ihr eine starke seht und das folgt von der wackelig, euch eher triggern lässt in Richtung der starken Seite. So, jetzt hier mal zusammengefasst, ich weiß nicht, ob das jetzt so kommt, aber Träumchen wäre, wenn wir hier diese 1, 2, 3, 4, 5 haben und die kann jetzt bald zu Ende sein, ein bisschen tiefer kann sie noch gehen, dann messt ihr mal Fibonacci vom höchsten Punkt bis zum dann tiefsten Punkt und dann wisst ihr, wenn eine Korrektur hier reinläuft und Korrektur ist dreiwellig oder mehrfach wackelnd mit Kursüberschneidung, hier haben wir zum Beispiel keine Kursüberschneidung, dieses Tief und dieses Hoch überlappen sich nicht. Also das ist überschneidungsfrei, sieht also in einer starken Bewegungsrichtung aus, für den Fall, dass hier so eine wackelige, also mit Kursüberschneidung oder eine ABC-Bewegung kommt, in diese Zone und das getriggert wird nach unten, also der Kurs da durchbricht, erwarte ich das. Das heißt, wenn ich sehe, dass der Kurs hier hinkommt, da wäre mein Short-Entry mit Erwartungshaltung, dass ich das auf jeden Fall nochmal fortsetze. Und dann seht ihr, selbst wenn ich falsch liege, ist mein Risiko ja möglicherweise viel kleiner als meine Gewinnerwartung. Je nachdem, wo ihr eure Stops setzt, gibt es verschiedene Varianten, kann man sogar noch ein bisschen enger vielleicht. Aber das wäre so die Idee. Also man liegt nicht immer richtig damit, aber man hat zumindest mal die Chancen eher auf seine Seite und auch das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, eher auf seiner Seite. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch damit ein bisschen was mitgegeben habe für den heutigen Nachmittag. Nasdaq also offensichtlich als erstes in einer Abwärtssituation, wobei der ist ja auf Minutenbasis gezeigt und wir haben ja schon gesehen, dass selbst der DAX und auch die anderen Indizes gegebenenfalls im kürzeren Bild mal so einen Zwischenrücksetzer durchaus vertragen könnten. Guckt mal, ob ihr daraus was machen könnt, was der Markt uns heute Nachmittag bietet oder am Abend. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und sage alles Gute und liebe Grüße.